So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir spielen das 400 Tage Spezial der DLC und wir haben drei Geschichten übrig. Watt, Russell und Bonnie. So, und wen nehme ich denn mal? Welcher Satz sieht Watt irgendwie am interessantesten aus? Dann würde ich den als letztes nehmen und weil wir doch schon so selten Frauen gespielt haben, nehmen wir doch mal Bonnie. In der letzten, naja, kleinen Episode sozusagen, habe ich im Übrigen Shell gespielt. Shell war eine Frau, die in einer recht guten Gesellschaft gelebt hat und wo ich sehr, sehr blutige Entscheidungen treffen musste. Okay, ich habe einen. Einen Zähne für eine Zähne. Du bist so schlecht an das. Würdest du lieber einen Zähne für eine Zähne haben oder eine Lobsterklaue für Hände? Ähm, 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 äh, sind die scheren in Menschenrösen? Ähm, 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 ähm sind die scheren in Menschenrösen? In Männchenrösen? Sein würde ich euch einfach machen. accessiert oder? Ich denke... Ich denke... Und wie genau mache ich sie auch, wie du leckeres. Gut, ich nehme an das. Beide. Beide! Beide? Sein Ziel des Spiels ist, wir wählen. Aber sie sind beide so attraktive Optionen. Ja, du hast mich da offen, Okay, uh, how about, uh, never mind, uh, I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on, you'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Though, uh, you gotta admit, anything is an improvement. If that came out wrong, uh, what I mean is, I mean, uh... You were, uh, you were, uh, you know. Thanks, jerk. Hey, that's what I'm here for. Oh, to remind me how hideous I was. Nah. Make sure you keep on keeping on. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Well, I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. Okay, Drogi. Shit. You're a good friend, Leland. I know. Okay, you're not that great. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You gotta worry. You know that, right? Ah, I know. It's okay, come. I know. God, Leland. Thank you. Bonnie, yeah. Leland? Bonnie? Dee? Hey, honey. Okay. I've found us something. What are you two up to? Um, 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 no chat here? Just chatting. Chatting, huh? What about? Hummer. Oh, um, well, um, lobsters. Lobsters. Well, fishing. Figured it'd be worth a shot. For the food, you know. Leland, you hate fishing. That ain't totally true. And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time. Thought you, didn't I? I am a catch. Don't I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your, uh, girlfriend, but, uh, we got to get moving. Huh. Uh, 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 top two. She think we... Okay. So, where'd you get the bag, Dee? Dee? Dee, did you hear me? That's safe, I didn't. Come on. Keep up the pace, you two. Just drop it, Leland. Hey, Dee, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat, you know? Same here. Feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but, uh, Dee, that's bad. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that away. Damn it, Dee, you gotta give us more than that. Was anyone there? I don't think so. You don't think, or you don't know? Those mean the same thing, Leland. Just tell us, baby. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. But you are the one who made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing in this goddamn rain, in this goddamn middle of nowhere place. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. It's a blaspheme. I can't believe you are still... Shut up, Dee. Leave Leland alone. This ain't your business, Bonnie. This is between him and me. Enough, Dee. She's right. We're acting like a couple of kids. That's just because you ain't listening. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling! Oh, Dee. Come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours too. Dee, now's not the time. Whatever issues we got, pass my life. What are you saying? You know exactly what I'm saying. Oh, come on now, Dee. No reason to pick a fight. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God. Run. Come on. We gotta move. What are you talking about? Oh, shit. Moment, moment, moment. Stop going so fast! Oh, fuck. Ernsthaft? Okay, keiner wartet. Okay. Okay, komm. Komm, rennen. So schnell du kannst zumindest. Oh. Oh. Mist. Also, der gute Lilian betrügt seine Frau mit mir. Und ich lieg jetzt hier. Warum muss ich mich gegen diesen Walker verteidigen? Okay. Dass nun wieder gestorben ist. Warum wartet keiner? Was ist bitte hier los? Und wer ist da oben? Und wer schießt auf mich? Wer hat eine Taschenlampe dabei? Okay. Was ist denn das? Wächter? Polizei? Oder was? Shit. Where are you? Oh. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Lieber noch einen weitergehen. So. Oh shit, 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 shit. Anything? Gut gekleidet für den Regen. Gut gekleidet für den Regen. Ein Top. Ein Tanktop. Währenddessen ich eine Jacke trage. Moment, Moment. Waren das die? Waren das die von gerade eben? War das Shell? Psst. Heißer Bonny. Mama, watch over me. Okay, Bonny. Ist das mit dem Wasser? Find a weapon. Okay. Betonstahl. Schon. Ah. Und ich muss töten. Oh, und werde getötet. Oh, Mama, watch over me. Okay, gut. Bleib ruhig. Find a weapon. Rüttel, rüttel. Gib ihn. Ich wusste nicht, dass du es bist. Es war schmer. Es war so schmer. Ich konnte dich nicht sehen. Ich wusste nicht, dass du es bist. Wie soll ich wissen, dass du es bist? Es gab keine... Ich wusste nicht, dass du dich gesehen hast. Ich wusste nicht, dass du dich gesehen hast. Was? Hey, man, ich wollte das nicht. Wirklich. Das tut mir leid. Ich weiß. Fuck. Ich wusste nicht, dass du das tun hast, Dee. Ich versuchte Gott, dass ich das nicht wusste. Du... Du liebst ihn. Ich sah ihn. Schau dir. Okay, 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 ich mag ihn. Das muss jetzt ehrlich sein. Es ist etwas zwischen uns, aber das bedeutet nicht, dass ich das nicht wusste. Ich versuchte Gott. Du bist ein verdammt. Ich versuchte Gott. Was ist passiert, dear? Ich muss das tun? Ja, ich muss das wirklich tun. Du bist ein Gesicht, Bonnie. Ich... Ich... Ich hatte... Ich... Ich dachte, du würdest... Was meinst du, Bonnie? Was war das, was du gerade gesagt hast? Es war ein Unfall. Gott, verdammt. Es war wirklich ein Verlust, Leyland. Es war wirklich... Du hast das... Du hast das mit meinen D? Ich versuchte es. Sie kam aus keinem Ort. Ich fand sie eines von ihnen. Ich hatte sie nicht gesehen, bis sie da stand. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... Ich verstehe... Ich verstehe... Wie es passiert? Du hast gefordert. Ich habe einfach gedacht... Bonnie, warum? Ich bin désiratet. Ich bin... Ich bin... Ich bin sehr désiratet, Leyland. Bonnie... Back hier! Ich fühle dich. Du bist weg! Du bist weg! Da! Ich brauche dich, Leland. Vermutlich schon. Vielleicht. Wie kann ich dich jetzt gebrauchen? Geh weg! Sie ist tot. Sie ist weg. Wir können sie nicht mit uns nehmen. Wenn sie sterben wird, wird ich sicher nicht hinterlassen. Die Leute mit der Taschenlampe rumlaufen. Ach du Scheiße. Was war das? Ja. Okay. Soviel zu Bonnie. Bonnie der Junkie. Der mit Leland Techtelmechtel angefangen hat. Ja. Und deswegen ist die jetzt tot. Und was die geklaut hat, das wissen wir nicht. Leider recht kurz. Aber immerhin bringen wir so schnell raus die Folgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte ja meine kleine Kritik unter das Video schreiben. Gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal.